Wie kopiere ich den Instagram-Postlink? Es gibt Zeiten, in denen wir einen Postlink an jemanden in anderen sozialen Netzwerken senden möchten. Oder wir brauchen einen Postlink für eine bestimmte Aufgabe im Browser. Dazu müssen wir lernen, wie man den Postlink kopiert. Öffnen Sie einfach den gewünschten Beitrag. Oder Ihren eigenen Seitenbeitrag oder einen anderen Beitrag. Öffnen Sie einen Beitrag. Indem Sie auf diese Option klicken, geben Sie die Informationen dieses Beitrags ein. Suchen Sie nach dieser Option. Klicken Sie darauf und Ihr Link wird kopiert. Geben Sie nun den Browser ein und senden Sie den Link dorthin, wo er benötigt wird. Klicken Sie auf die Einfügeoption. Sie können einfach den Link des gewünschten Beitrags kopieren. Wie Sie sehen können, wird der Link geöffnet. Dieser Beitrag kann sowohl ein Video als auch ein Foto sein. Es gibt keinen Unterschied.